Okay, und hier ist dann einmal Erdbeer und einmal Vanille mit Streuseln und Schlagsahne. Bitte sehr. Danke. Warte mal, darfst du überhaupt hier sein? Tja, okay. Wollen wir tauschen? Das ist doch idiotisch. Wieso kann ich nicht einfach beim alten Gümley rasen? Oh nee, das ist doch ein Witz. Wir haben einfach nicht genug Geld. Und wenn wir zusammenlegen? Was denn zusammenlegen? Wir haben alle nicht. Das nenne ich ja eine tolle Überraschung. Was machst du hier? Ich gehe shoppen. Das ist ihr neuer Look. Gefällt er dir? Sag mal, tickst du nicht richtig? Du weißt doch, sie darf nicht hier sein. Ist sie etwa dein Haustier? Ja. Bin ich dein Haustier? Was? Nein. Wieso behandelst du mich dann wie Dreck? Was? Du hast gesagt, deine Oma ist krank. Das ist sie. Ja, ist sie. Sie ist krank. Sie ist krank. Sie ist super krank. Und deswegen sind wir auch hier, ja. Genau. Wir haben eingekauft. Nicht für uns, sondern für sie. Für Oma. Ja, richtig. Und wir haben nach einem Geschenk gesucht. Für dich. Aber wir haben nichts gefunden, was zu dir passt. Und ich habe auch nur 3,50 Dollar. Das ist echt schwierig. Super schwierig. Es ist echt mega teuer. Du lügst. Wieso lügst du? Ich mache Schluss mit dir. Können wir jetzt die Indie spielen? Nein. Neutbo. Nein. Ja. Musik Musik Vielen Dank.